Du hast gehört, was er gesagt hat. Wir können ihn nicht überraschen. Cello! Das letzte Video, in dem ich versucht habe, nicht zu lachen, ist schon lange her und ich habe damals fett versagt, aber ich denke heute, ace ich ohne zu lachen durch. Mir wurden Denkmeems ans Herz gelegt und die schaue ich mir jetzt auch mal an. Los geht's. Naja. Wer ist das Pokémon? Lass uns die segreste Entrance. Du kannst zwei aus diesen drei Clementine machen. Ich gebe dir 60 Dollar. Okay, das war gar nicht schlecht. Aber ich habe nicht gedacht. Das reist doch gleich auch. Hey, hey, hey. Es ist ein tolles Tag. Wir haben Wendy's. Was kann ich für dich? Ja, du magst Wendy's? Ja, ich mag Wendy's. Warum macht man da nicht das Geräusch rein, wenn die Dinger umfallen? Diesen Strike Sound halt. Ich mache das rein, warte. Ja, boi. So ist direkt besser. Ich mag dich. Ach, du bist nicht so. Ehm. 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 Muss ich wohl ausschneiden, ne? Jetzt kenn ich's ja schon. Hm, crikey. Oh, oh. Ich hab eben gechackt. Mist, ich hab verkackt. Aber ich hab... noch ein Leben. Beide direkt weg. Was denken sich die Macher dabei, so was als Kindersendung auszustrahlen? Das war irgendwie klar, dass das passiert. Oh no. Okay, das war gut. Das kenn ich übrigens schon, das Video. Ich weiß echt nicht, ob ich die Musik benutzen darf. Ist das von, äh... Das ist doch von Dingens, von dem Spiel, oder? Kann man bestimmt. Das war schön editiert. Ich hab mir... Ich hab mir echt sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich so passiert in Amerika. Ab und an mal. Das ist gut. Also, das kenn ich auch, aber es ist, äh... Sehr, sehr schnell. Das ist auch nicht schlecht. Okay? Okay? Ich hab nur gesagt. Scheiße. Ich hab eigentlich schon verloren. Aber ich hab noch einen Zusatzleben. Alle guten Dinger sind drei. Wird nicht nochmal passieren, dass ich lach. Die meisten Sachen sind dann wirklich schlecht, äh, oder... Oder ich kenn sie schon. Es catcht halt erst dann richtig, wenn das... Wenn es die überrascht, natürlich, ne? Oh! Slappet mich? So schlecht, also... Oh, shit. Dude, don't you fuck me, don't... Okay, you know what I'm doing? Ist das Dank? Ist das wirklich richtig Dank? Denkel, die Bankl? Spank? Ist das Dank? Ist das wirklich richtig Dank? Na was in der Karte? I just went in there... ...in the shower... ...counted the tile. That's great! Dich! Skaack! Dich! Wissens, bitte. Tchaack! Teint, die Eindruck! Dich! Dich! What? Uh, was I was so? Warum ich das in so einer Compilation drin? Es war jetzt wirklich schwach, irgendwie war es sehr schwach. Also angeblich lacht man bei dieser Compilation die ganze Zeit durch. Zeig mal. Also entweder waren die Sachen früher besser oder ich bin zu alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir früher solche für so nichts zu lachen Sachen oder auch damals hießen ja noch gar nicht so. Das war ja dann irgendwann mal diese Challenge vor vielen Jahren und davor gab es ja trotzdem schon lustige Videos und auch Compilations davon und da habe ich mir eigentlich immer in den Ast gelacht und jetzt? Ich glaube, da muss es dann schon das hier sein. Dr. Bard Oh, thank God. Did you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Nikolai, how are we doing? I'm downscrollen in the streets. No chance of fighting our way at this. Why is she here? Take it easy. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. The city needs that vaccine. More than I do. I don't think. Wisdom, I've been trying to impart on you, is getting true. Now I know you can't put a price on life. You heard what he said. We can't turn him over to the company. Shit. Good work. Your reputation is well deserved. It's all right, you go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, carlos' world. Yeah, that's it then, I would say. I know, I'm here with this Versuch-not-zu-lachen-Geschichte wieder viel Zeit lassen. The last one is, I think, two years old or so. And I'm always asked to be asked, when the next one comes. Ta-da! Ich denke, auch in Zukunft wird es noch Videos geben, die mir auf jeden Fall ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubern können. Aber so richtig sweet ablachen wie früher, schwierig. Ich mache jetzt da mal den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, Freitag ab 22 Uhr. Aber natürlich gibt es noch ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Danke! Ich hoffe, gerade ihr konntet heute beträchtlich viel lachen. Und falls nicht, dann seht ihr das so wie ich. Und die ganze Sache ist überhaupt nicht mehr so krass sweet überdimensional heftig wie früher. Hau da rein!